Dein Butterfly, das Butterfly hat von Storm. Mach bitte Noclip und komm hier hoch. Wir sind hier oben. Wo seid ihr? Hier oben. Mit dem größten 2M. Ja du bist auf Wasser reingerannt. Leute! Jeder der jetzt hyped auf die Kisten ist, dass hier gleich richtig krass was drauf ist. Einmal Hashtag hyped jetzt rein. Oh mein Gott. Er will auf die Spitze oder was? Oh ich bin jetzt ganz oben. Ey Alter du stackst. Ganz da oben? Ja ich höre mir mal das Geld ab Alter. Dann aber direkt auf die Spitze Alter. Hau mal ab. Ich glaube das geht nicht. Doch wenn du mich in Ruhe lässt. Ich muss ja. Oh oh oh. Ich bin auf die Spitze lass mich. Alle sind hyped. Alle sind hyped Jungs. So Inventar es geht los jetzt. Die erste Kiste. Oh Gott. Fail doch bitte einfach ab. Eins. Ne. Warte. Drei. Zwei. Eins. Go meine lieben. Nice. Ja. Das mal so mega laut. Boah die Mac-10 alter. Ich hab die jetzt irgendwo auf Mac-10. Revolver. Meins ist nicht reingekommen. Ich hab Duels gezogen. Okay. Ja. Da sind sie. Hey. Komm. Zähl doch. Einfach ab. Zähl doch. Einfach ab. Ich muss erstmal meine Schlüssel checken. Okay. Drei. Zwei. Eins. Go. Und was ich heute weißt Du. Bis eins. Oh. Die wollte ich eigentlich haben. Aber ein Stat wäre die Beste. Ja. Und was ist die da? Viel testet. Achso. Nimm mal Top-Dies-Smack. Okay. Ihr seht ja gar nichts. Entschuldigt bitte. Achso. Die sehen halt gar nicht was zu ziehen. Ja. Die Ice Cap ist aber geil. Die Ice Cap ist echt geil. Was USP Lead Conduit. Ist das nicht diese hässliche? Okay. Ich hab verkackt. Der Zeug hat den hässlichsten Skin gezogen, der da drin ist. Ja. Hab ich auch. So. Einfach ab. Knife. Mach mit Popo. Mach mit Popo. Sag mal. Mach mal mit Popo. Mach mal mit Popo-Bäckchen mein Lieber. Drei. Zwei. Eins. Noch nicht. Verarscht. Habt ihr gedrückt? Ihr Idiot. Okay. Drei. Zwei. Eins. Go. Er macht halt. Junge. Es fängt zwar gut an. Aber es sind alles schlechte Skits. Ich mein. Sogar die schlechten. Die kommen. A-D-G. Wenn ich wieder. Wie versprochen. Mein Lieber. Mac-10. Mac-10. Was machst du denn für eine Kiste auf? Was? Ich. Er hat einfach alles mit. Er hat einfach alles mit. Erzähl doch einfach an. Okay. Er hat einfach an. So. Ein bisschen reiben müssen wir. Ne. Wir können aber an die reiben. Drei. Zwei. Eins. Go. Hell up. Drei. Zwei. Eins. Go. Ey. Das Ding funktioniert so aus. Auf jeden Fall. Okay. Oh. 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 Nö. Die Fuel Injector. Wieder vorbei gesappt. So eine Spass. Die gelben Kacke. Ich mach dich mit dem Popo. Meine Aschbacke kommt da gar nicht raus. Ich bin hier am Schlüssel. Technik heiß. Moin moin mein Lieber. Stevie Alter. Wie viel Scheiß Kiste hast du gegen den. P2 Iron Class. Ey Junge. Komm. Zähl einfach ab. Das ist ja scheiße. Das macht dich mal. Achso. Guck mal. Ich hab auf ne Galil geguckt. Wo gar keine. Wo Sticker drauf sind. Die die ich hab. Ist aber auch ein so ein Problem. Du hast recht. Da ist die abgesägte Schrotflinte. Hab ich die ganze Zeit drauf gewartet. Ey. Zähl doch einfach ab. Ey. Warte. Ich mach's jetzt mit der Nase. Drei. Zwei. Eins. Go. Ich hab's mit der Nase gemacht. Ich mach dreist jetzt. Warte. Mann Mann. Ja mit der Nase ist das nix. Ist schon wieder diese verfichte abgekriegte Schrotflinte. Oder was. Wir sind einfach nur auf der Map. Mit Noclip drüber. Ich hab sie. Die beste Waffe der Welt. Pink. Pink. Das ist Lila. Du hast Pink. Warte mal. Warte mal bevor wir aufmachen. Wir wissen was das ist. Es steht nicht da. Hallo. Hebel mal so ein Ding mit nem Limmel auf. Oh mein Plotsport. Er ist ja nicht so schlecht. Oh. Aber nicht schlecht. Alter. Sieht geil aus. Aber mach mal mit nem Limmel eine auf. Ihr könnt das machen. Du kennst mal schön den Hoden rauf. Ja. Ich schwöre ich mach das Ding irgendwann mit nem Sack auf. Jetzt mach. Ich schwöre ich mach das Ding irgendwann mit nem Sack auf. Mit nem dicken Zeh. Ich weiß nicht. Wie kann man das denn noch aufmachen? Man kann ja irgendwie mal was rauffallen lassen. Drei. Zwei. Ich bin durch. Drei. Zwei. Ich hab das schon gemacht. Achso. Jetzt hab ich den scheiß Revolver schon wieder. Ich ziehe nur Lila. Aber nur Rotz. Ich kann nichts rauffallen lassen. Ich kann nichts rauffallen lassen. Ey da Timbo. Ich komm weg. Mit der Tempopackung schafft er es einfach nicht. Das zu öffnen. Tempo springen nix. Schade eigentlich. Jetzt muss ich warten bis dein scheiß Knife rauskommt. Ey bis dein scheiß Knife rauskommt. Schade eigentlich ins Töten. Wow. Cobalt Core. Ich bin Arsch. Hau drauf! Bin ready, Alter. Ist halt auch nichts wert, ne? Nichts ist nichts wert, ey. Zähle einfach ab. Zähle einfach ab. Drei, zwei, eins! Ja, hast du? Go! Ey schon wieder ein Pink Skin. Schon wieder ein Pink Skin. Oh ficken, ey. Ey, ich krieg halt nur Rotz. 5-7 Violent Diamond. Oh mein Gott. Wie ist es? Wie ist es? Beim letzten Mal, wo ich Knife gezogen habe, habe ich ganz kurz gesagt, so. Ja, jetzt ein Knife. Lass einfach mal den Chat jetzt abzählen. Leute. Ihr zählt jetzt alle ab. Drei, zwei, eins. Jetzt macht alle einmal drei. Dann macht ihr alle einmal zwei. Dann macht ihr alle einmal eins. Los geht's. Certificated. Sehr vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du dabei bist, Tigi. Ich freue mich völlig zu Hause. Also alle einmal drei. Drei. Drei schreiben. Einmal in. Zwei schreiben. Jetzt sind immer noch drei. Drei, 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 drei. Drei, 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 drei. Jetzt zwei, 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 drei. Eins. Und eins. Go, 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 go. Okay, ja komm, go. Der Chat geht total ab, ey. Toll, ihr seid scheiße. Das hilft auch nichts. Ey, ich zieh nur scheiße, man. Lass mal Awake abzählen. Lass mal Awake abzählen. Lass mal Awake abzählen. Super. Tippin Tussi, moin moin. Wenn der Awake jetzt nicht abzählt, ne? Hol den sofort hier hin. Das Geburtstagskind, das muss ein Knife werden. So, erste Kiste ist es mal. Drei, zwei, eins, go. So. Mit deiner Biermilch auf. Leider Wechsel. Ey, da war schon wieder ein Red Skin. Certificated. Moin moin, mein Lieber. Ich hab schon wieder ein lila Skin. Eine ohne zu gucken. Knife incoming. Eine ohne zu gucken, okay? Warte, 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 warte. Bin dabei. Sag mal. Guck nicht hin. Okay, warte. Zähl ab. Okay, ich mach. Drei. Warte, ich muss nur noch hin. Oh Gott. Game. Drei. Zwei. Eins. Game. Oh mein Gott. Game, ihr könnt jetzt was erleben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hör's ja am Sound. Oh mein Gott. Ich hab irgendwas krasses gezogen. Oh, das hätte sie gezogen. Ne, ich nicht. Oh, ich hab was gewusst. Es hat sich angehört, als wär's krass. Mit dem linken Mittelfinger aufmachen. Es hat sich angehört, als wär's krass. Unwitz. Mit dem linken Mittelfinger. Okay. Okay, guck. Ich guck auch nicht hin. Ich guck nur auf den Chat, okay? Drei. Zwei. Eins. Go. Und ihr sagt was es ist. Ah ne, ich seh's ja selber. Ich mach's los. Ja. Wieder die in Stat, Alter. Er will die denn. Irgendwas krasses könnte das gewesen sein. Ja. Schwier'n wie Raid, ey. Äh. Du musst gelben New Chicken im linken Murmelstreik jetzt dann. Safe. Nein. Du musst beim Zählen richtig heftig schreien. Safe 10 Euro. Okay. Also wollen wir richtig schreien? Ich kann aber nicht schreien. Ich kann auch nicht schreien. Dann flipp den die Halle aus, wenn ich schreie. Ich schreie jetzt. Oh nein, ich hab einfach so geöffnet. Sorry. Okay, ich bin dabei. Ja, ich hab einfach so geöffnet. Tut mir leid. Ja, das ist es. Das sind die Besten. Einfach mal so öffnen. Und es ist schon wieder scheiß. Ich hab's schon mit der Nase aufgemacht. Da ging nichts. So, pass auf. Wir schreien jetzt. Pass auf. Zähler. Okay, on for side. Drei. Warte, warte, warte. Warte. Awake ist im TS. Move ihn. Er ist was gewusst, das Kind. Er muss einfach abzählen. Okay. Ruf jetzt Awake da rein. Hast du ja, mach doch. Ach, ich? Ja, wieso ich? Warum nicht? Warte, ich mach schon. Ey, jetzt bin ich extra rausgemoved. Jetzt bin ich auch schon rausgegangen. Wird der Brille. Wird der Brille aufmachen. Wo ist er denn da ist eigentlich noch nicht? Hallo Awake. Alles Gute. Herzigen Glückwunsch zum Geburtstag. Schön, dass du so alt geworden bist, wie du alt geworden bist. Wie alt bist du geworden? Hallo und danke erstmal. Wie alt bist du denn geworden, lieber Awake? Sechzehn. Sechzehn. Alles Gute zu deinem sechzehn Geburtstag, liebe Awake. Schön, dass du auf dieser Welt geworden bist. Jetzt lass den Jungen abzählen, Mann. Okay, zähl ab jetzt. Ich glaub, ihr habt zu viel getrunken. Nein, ich wärm gar nicht getrunken. Du darfst jetzt trinken. Du darfst zählen jetzt. Komm. Achso, okay. Hau raus. Aber warte. Okay, erst mal das, aber du musst schreien. Wo soll ich schreien? Du schreist jetzt. Okay, komm. Drei, zwei, eins. Okay. Go. Auf den Go scheißt du dabei zu früh. Oh, das ist Big Irony. Du siehst du besser skinnen. Du machst es gut, mein lieber Awake. Was hast du... Ja, Big Iron. Check das. Wie Big Iron, was ist denn die Big Irony? Die SSG, Mann. Ach ja, stimmt. Das sind Stats. Ach, Mann, Awake. Bei mir war es nix. Awake, du hast es gut gemacht. Das ist der Hass für uns. Am besten gehst du wieder raus, ey. Okay. Ich bin weg, Jungs. Ich bin weg, Jungs. Ich bin weg, Jungs. Das reicht. Rafa Dakin, sehr vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du dabei bist. Ich freu mich für dich zu Hause. Ja, schreit hier richtig rein, Alter. Mit der Zunge. Ich öffne gleich nochmal für Fofi. Ich hab keinen Bock, jetzt. Okay, mit der Zunge. Drei, zwei, eins. Loll. 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 Du hast gerutscht, verheilt. Voll verhebeln. Da war schon wieder Red Skin. Das gibt's nicht, die Bison. Oh, ey. Niemals mit der Zunge. Dann macht es bitte mit dem ganzen Kin. Ich war an der, äh... Ich hab noch vier Kisten, Alter. Ich hab noch voll viele. Ja, ne. Ich hab nur... Ich hab nur 20. Cool. Dann öffne ich mal. Riker, du musst mit dem Ellenbogen aufmachen. Mit dem Ellenbogen. Mit dem Ellenbogen. Den Ellenbogen. Oder mit deinem P-H. Aber das ist auch... Du musst nach jeder Zeit Chicken Wings rein. Eins Chicken Wings. Warte, warte. Warte. Drei Chicken Wings. Zwei Chicken Wings. Eins Chicken Wings. Couching Wings. Du musst mit deinem Bruder... Du hast ein Cheeseburger geruht, Alter. Okay. Es ist schon wieder die P250. Ja klar, kannst du sie direkt nutzen, wenn du willst. Alles klar. Das ist aber der Tasty, Alter. Ich hoffe, das gefällt dir, so wie ich das jetzt eingerichtet hab dir. Pass auf. Eins hab ich... Ich mach jetzt mit dem Fuß auf. Ich komm im Leben da nicht ran. Mit dem kleinen Zeh. Mit dem kleinen Zeh. Mit dem kleinen Zeh. Ich werd mich so heftig krass einfach mal... Oh ne, ich hab die... Jetzt attack ab, bevor du drückst. Warte. Drei. Zwei. Und meine... Wackelig. Eins. Go. Da war direkt ein Pink, Alter. Ja, safe ist es nicht mal mit dem Fuß, Alter. Es ist halt schon wieder eine Stand-Buff, aber die ist Kacke. Hast du was zum Werfen? Du musst mit der... Jeden Meter weg und dann musst du auf die Maus werfen. Okay, aber... Ich hab Gaffa-Tape. Ja. Ich hab safe Gaffa-Tape. Was machst du jetzt? Was machst du mit Gaffa? Gaffa-Tape raufwerfen, warte. Das ist die Lösung für alles. Vielleicht ist die Maus Schrott. Okay, los. Drei, zwei, eins. Ich hab verworfen. Ja, ich hab aber schon getrennt. Warte noch mal. Drei, zwei, eins. Ich hab verworfen. Warte. Ich hab verrutscht. Drei, zwei, eins. Ey, die Maus hab ich getroffen. Okay, ich lass noch rauffallen. Okay, das funktioniert nicht. Warte. Ich drück einfach mit dem Gaffa-Tape. Mensch, mein Gott. Vielleicht geht der Monitor kaputt. Du wusstest... Du bist selber, Alter. Ne, jetzt bin ich kaputt. Ich spurt. Einmal noch mit dem Ellbogen. Hab ich auch gehört. Das ist doch unglaublich, was hier gerade passiert. Wer schießt denn da überhaupt? Das ist Zivi, Alter. Hallo. Das war knapp. Drei, zwei, eins. Go. Oh, schon wieder der Red vorbei. Das gibt's doch gar nicht, ey. Hashtag nie Glück, ey. Ja, Stryker. Mach mal mit der Bierflasche auf. Stryker, jetzt warte mal. Ich muss jetzt erst mal contracten, ey. Glaub ich, dass du wieder einen meiner Zaubertricks mach... Nee, das mach ich auch nicht. Genau, Christian. Was mach ich? Werf die Bierflasche. Das ist Rigid. Warte, pass auf. Währenddessen du trinkst vielleicht. Währenddessen du deine Hopfenmilch trinkst. Werf mal deinen Stuhl drauf alleine. Mit der Brille... Nein, nicht den geilen Stuhl. Der ist zu geil. Der ist zu geil. Wie soll ich denn bitte schön mit der Brille das aufmachen? Ach nee, ich muss ja erst mal einen ausfüllen. Stryker, mach mal auf und geh mal aus dem Raum raus. Es geht nicht. Ich muss erst mal wieder... Genau, du läufst runter. Oh, 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 oh! Mit der Brille ist es! Kill confirmed! Was? Nein! Doch, Mann! Nee, hast du nicht. Mit der Brille ist es safe, Mann! Es ist noch Rigid. Es ist Rigid! Nice! Er hat doch jetzt... Er zieht den Brille. Er zieht's auch noch. Er zieht's! Oh, Mann! Sehr vielen Dank für dein vonderschönes Malmestiki! Ich freu mich für die Vitor! Ich hab gehört, das ist mein Geburtstagsgeschenk. Na klar! Nach der PPB-Sonne! Gaud, hast du auch ne Brille? Hau rein! Ich hab auch ne Brille, Alter! Okay, Stryker, mach auf und geh aus dem Raum! Erstmal wieder... Nee, ich hol gleich noch mal Kisten. Ich hol noch mal Kisten. Ich will jetzt Kisten aufmachen. Ich will jetzt Knife ziehen. Punkt. Ich weiß, ich hab so'n Gefühl, da kommt was. Gaven sagt sich bloß so, Digi, so noch nicht, mein Lieber. Das ist aber auch nicht schlecht. Du musst beten, hier dein Gebet. Oh, heiliger Gaven, bitte gib mir Glück, mein Money zu wasten, du Homo! Oh, danke, Amen! Sorry, ich muss aber hier ganz kurz Nummer auffüllen. Ich muss jetzt erstmal irgendwas tun. Also, Leute und wehe, es kommt die nächsten Tage noch mal ne Frage, ob ich Kisten aufmache. Ich hab jetzt wieder, für 100 Euro mach ich jetzt gerade wieder Kisten auf. 100 Euro. Ich hab noch zwei Stück. Oh, da ist schon wieder ein Redskin vorbei! Und der Kappa-Song. Kappa-Song. Wir machen den Kappa-Song. Oh, dann dreht die aber richtig ab. Aber dreht nicht zu doll ab. Weil sonst, äh, habt ihr das Problem, dass ihr, äh, Twitch gebannt wird. Also, zumindest für zwei Stunden oder so. Hier ist so ne Space vorbei! Kappa, wo ist der Stunden-Kappa-Song? Ey, ich kann dich doch für noch 50 Euro aufladen. Jungs, ihr geht alle Bruch. Ey, ich geh so porig, lad's trotzdem auf. Wir gehen alle Bruch. Ich lad jetzt noch 50 Euro auf. Für 100 Euro, komm. Tipp. Kein Geld mehr. Ihr dürft nicht ins Spiel-Casino, Jungs. Ne, 16 Euro. Ach, wir wollen's jetzt. Wenn ich den Chatwitz nicht mitles, sorry, Jungs! Ich geh da mit 16 rein. Was geht, AiryNation, mein Lieber? Was geht ab? Alter, 100 Euro gewastet, Mann. Easy gewastet. Auch wenn ich mal gut angelegt. Ey, alle gleich staunen. Gamma! Was war jetzt der beste Skin überhaupt? Wir müssen, wir müssen die ARC von Marine Revenge jetzt holen. Wir müssen die ARC von Marine Revenge jetzt holen. Ich will sie haben. Das ist so low, Alter. Das sagst du. Du nebst dich nicht mehr, Alter. Du lächst dir die Nummer. Okay, mach ich gleich Publikum. Was weißt du? Der Kampas kennt sich die du raushauen kannst. Weißt du? Wie der Chat abgeht, Alter. Das ist so low. Wir wären besser auf Drake Moon gegangen, jetzt darfst du. Du hast dich aufgeladen. Ja, natürlich, aber ist doch egal. Ja, ja, ja. Hättest du lieber bei Kicken wie in eine Kiste 50 Euro holt. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was gehabt. Ich bring die Party auf ne LAN-Party. Nächstes Mal. Und wenn du wieder sagst, ich hab die Kiste geh ich auf Break rein. Dann mach ich's eh. Der Herbst, hey. Was kauf ich anstatt Spiele? Ich kauf Kisten. Nee, Kisten. So. Wie geht's? Das ist einfach low. Das ist einfach low. Das ist einfach low. Das ist einfach low. Wieder 20 Kisten. So. So. Also, A-B-G-Al-A-M-A-M-A-S-P-A-C-A-T-A. Ich fisch jetzt ein. Ziehen. Oder in eine Kiste, sonst bevor ich die Katze fisse. Boah, ne, jetzt ist mir richtig schwimmelig. Alle schreien great, there's no space. Musst du uns da was erzählen oder wie sieht's aus? Ne, ich sollte irgendwas erzählen. Dirk, erzähl doch einfach. Okay, bei der nächsten Kiste. Sorry, ich hab schon zwei. Ich mach hier 50 Kisten auf und zieh nix. Okay, pass auf. I pack ab. Pass auf, Stevie. Ja. Warte mal. Wir machen das. Und zwar, Leute, kommt alle ins TS. Wir move'n euch einmal und jeder von euch zählt einmal runter. Punkt. Immer einen hochziehen, dann wieder rausziehen. Punkt. Ich bin ernst. Ja, ist so. Machen wir jetzt so. Der Bauerfritz will auch, der darf auch abziehen. Der hat ne süße... Warte, ich mach ein bisschen leiser. Der Bauerfritz. Na, dein Ernst? Also. Soll ich die Leute move'n oder was? Du move'n sie hoch, die zählen einmal an. Der ab. Nein. Der Bauerfritz muss noch aufstehen. Die letzte Kiste, dann geh ich aus dem Zimmer. Ey, wenn der schreit, dann muss ich jetzt das ausziehen. Okay. Das kannst du zuzuschauen. Alle Leute, die abziehen wollen, bitte einmal ins TS kommen. Ihr werdet einmal gemoved und dann geht das los. Einmal abziehen und danach seid ihr wieder raus. Egal wie ihr es macht. Ist mir egal. Derjenige, der mir einen Knife beschert, der... Genau. Wacken ab. Auch die, die gemütet sind? Na, ihr kannst alle hochziehen. Wenn du Bauerfritz siehst, hol den hoch. Ja. Jetzt. So, Bauerfritz. Hallo, hallo. Ja, hallo. Zähler, jetzt. Du darfst schreien. Jetzt. Du darfst schreien. Doch, schreien. Gib Gas. Bitte schreien. Warte mal, warte mal. Ja, warte. Sollen wir bei GO oder sollen wir bei 1 drücken? Bei GO. Bei GO. Bei GO. Darf ich ganz laut schreien? Ja, mach, hau rein. Man hätte das aussehen. Ach du Scheiße. Jo. 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 Alles klar. Du darfst ihn wieder rausmoven. Schnell. Okay. Das ist ein Knife. Ist ja nicht süß, Alter. Ich finde die total süß, ey. Okay, Bauerfritz. So hat sich, ganz ehrlich, so wie meine Rocketpop aussieht, so hat er auch geschrien. Ganz ehrlich. Dinger, die musst du zu deinem Leib eingehen. Der war Gabenskart. Das war Gabenskart. So, zieh den nächsten Mal. Also, ey, mach mal am besten in den Klammern. Dann, äh, mach mal einfach nur in Klammern ein Ausrufezeichen, dass sie halt quasi abzählen wollen. Die Leute, die abzählen wollen, die werden hochgemogen. Ach du heilige Scheiße. Hallo? Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Der Boot am Strick. Alles klar. Okay, dann zählen wir mal. Ich zähle ein bisschen lauter, okay? Bei GO oder bei 1? Nicht alles so laut. Bei GO oder bei 1? Bei GO. Immer bei GO. CSGO. Okay, wir machen immer bei GO. Boah, ich bin so zusammengezuckt, ne? Nee, du bist es auch nicht. Nee, du bist es nicht, Alter. Okay, bester Zähler EU-Kapper, okay? Ja, komm. Nein, 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 ihr geht so ins TS rein. Einfach hinter euren TS-Namen, äh, also einmal den Nickname ändern und dann so. So, hallo? Okay, egal wie du zählst. Erstmal heute, lechte Hand. Rechte Hand? Okay. Ja. Ich gucke dir noch die Hose. Okay, warte. Da muss ich um... Warte. Okay, die tun wir in die Hose. Links kann ich nicht gut aimen. Ey, Bandy! Okay. Jetzt nimmt die, ähm, linke Murmel. Warte. Linke Murmel? Streicheln und drücken. Oh Gott. Erzähl. Okay. Ja? Das machen wir bei Go. Wie? Warte. Darf ich die Hose dann wieder rausnehmen? Okay. Ja, weiter. Okay. Boah, die kriegen so Ärger zuhause, Alter. Oh mein Gott, Alter. Was hat der gesagt? Nimmt die linke Murmel? Ich hab einer meine Murmel zerdrückt, ey. So, ist noch einer mit Mausrufe zeigen dahinter? Oh, ganz viele, ja. Okay. Oh, die Fobos sind FN, Jungs, Alter. Der ist es. Der ist es. Der ist es. Der ist es. Ja, okay, moin. 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 Hi. Zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst. Du musst nicht schreien. Du kannst doch normal abzählen. Okay. Okay. Muss keiner schreien. Oh Gott. Au. Nein. 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 Boah! Oh! Oh! Ihr müsst nicht unbedingt schreien. Oh! Da ist der Pommel wie ein Mensch vorbeigezogen! Okay, du wüsst es nicht. Das kommt, weil du gestockt hast! Das ist es nicht. Du wüsst es nicht. Also, ihr müsst nicht schreien. Ihr könnt euch auch eigene Ideen aussuchen oder so. Wir machen das alles zusammen. Das mit der linken Murmel. Chipflip, ja? Ja. Das mit der linken Murmel. Chipflip. Warte, stopp. Du musst nicht schreien. Ich muss zwar ein bisschen leiser machen. Ich höre sonst gar nicht. Hallo. Außer wenn ihr schreit. Hallo. Oh ja? Ja? Hi, hallo. Hallo. Hi. Ja? Hi. Leg los! Soll ich jetzt? Ja, du kannst entweder zählen. Du kannst auch sagen, dass wir irgendwas machen sollen. Du bist live, Junge. Du bist doch einfach nur live. Bin ich das? Ja, bei über 120 Leuten sehe ich gerade. Oh mein Gott. Voll, oder? Du musst eben checken. Du bist live, Junge. Du bist live. Hast du's gehört? Ja. Ja. 108 sind wir. Ach du Heilige. Hat meine Murmel was gebracht? Ja, mein Lieber. Gut. FN-Fokus. So. Geht los, mein Lieber. Das machen wir so mit. Go. Was war das denn? Und ich drück's sogar noch. Sirk, ich hab auch noch gedrückt. Ja, warum nicht? Oh, der ist gut. Der ist gut. Wieso alle? Nicht für Scout, Mann. Für mich. Die Scouts sind gezogen. Oh, Raids. Nice. Sieht doch schick aus. Sieht doch schick aus. Auf jeden Fall, mein Lieber. Er sagt einfach so. Ich find's richtig cool. Er sagt einfach so. Nächster bitte. Okay, was? Gold Gamer TV? Gold Gamer TV? Hallo. Oh mein Gott, das ist ja laut. Ich muss leiser machen. Bitte schrei nicht, wenn du so laut bist. Du musst nicht schreien. Du musst nicht schreien. Du bist nicht. Oh Gott, dein Herz rippt dann auch, glaube ich. Okay. Ja. Mark, komm gleich. Drei. Oh, es geht los. Zwei. Oh mein Gott. Eins, komm los. Come on, ey. Go, come on, ey, Alter. Das ist Nive. Das ist... Nee, du bist nicht. Du bist rigged. Scheiße, tut mir leid. Das ist auch nicht. Raus. Gutzi. Gutzi kommt. Gutzi. Gutzi. Gutzi, zeig was du passt. Servus. 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 Grätzi miteinander. Als nächstes möchte unbedingt der Overjog gleich noch rein. Aber erstmal ihn hier. Erzähl mal. Geht. Ja, es geht. Drei. Zwo. Ones. Go. Ones. Das ist die Ones. Das ist die Ones. Das ist die Ones. Das ist die Ones. Sehr schön. Na ja, zumindest was. Der hat die Ones. Die Ice Cap in FN. Ey, du bist es. Ja, ich weiß. Du bist es einfach. So, nächster. Der, der Overjog. Wenn du den Overjog siehst, zieh ihn immer hoch. Wer ist das? Overjog müsste der heißen. Wenn der nicht so heißt, ist das doof. Overjog ist hier, ja? Hallo? Soll ich den holen los? Ja, ja. Hol den. Ja. Ja. Warte. Meine Mann kommt gleich. Hallo? Warte, 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 warte. Ich hör' ich ja das, warte. Wir hören alles gerade. Jetzt kommt's. Der Furz ins Mikro, Alter. Der Pups. Der Pups. Der Pups. Aber mit Pupsen 3, 2, 1. Das ist richtig. Hört die Musik? Ja. Ja. Okay. Hört man schlecht, aber okay. Okay. Ah, da war das Go. Wer hat Go gesagt? Da waren auf jeden Fall 3 Redskins. Aber alle vorne, mein Lieber. Das ist scheiße. Ey, der P90-Jopper, du bist das halt auch nicht. Meine Mann kommt gleich. Also den Vayne-Tum-Bi-LORD bitte nochmal hoch. Seine Mutti kommt gleich. Also schneller. Hast du den da unten? Vayne-Tum-Bli-Daw. Der P90-Jopper, du bist das halt auch nicht. Vane-Tum-Bli-Daw. Ja. Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Benly Tumbledore. Der hat mich nicht genutzt. Der hat mich nicht genutzt. Ja, moin. So, komm. Er hat sich gemütet. Oh, oh. Das kann nichts Gutes bedeuten. Er beschwert den türkischen Adam-Gott. Was? Was türkischer Adam-Gott? Nein, der andere Gott. Okay. Ich bin safe. Oh, ich glaub ich hab ein Poblemer. Auf go. Egal was du machst, auf jeden Fall am Ende go, dass wir wissen, wann's losgeht. So. Ich würd jetzt mal kurz was sagen. Mhm. So, jetzt kurz schnell. Ja. Drei. Zwei. Ein. Go. Okay, das wolltest du nur sagen. Ist okay. Wenn da jetzt... Oh, da war die... Da war die Hyper Beast. Hört ihr mal... Könnt ihr mal irgendwie das so machen, dass das Go vielleicht dann auch bei Redskins hält? Echt so, ey. Jetzt hab ich hier schon wieder die P250 low faggot kacke. Du willst es nicht. Sorry. Komm, ich mach gar nichts los für dich. Ich bin's zumindest fast gewesen. Fast auf jeden Fall. Ganz fast. Ganz knapp. Ganz knapp. Ich bin der Beste jetzt. Fast. Ciao. Ich fühl mich geehrt. Jawohl. Jungs, ich zähl für euch doch mal auf Türkisch, wenn ihr wollt. Können wir gleich mal. Kieler ist aber jetzt mal dran. Morgen, Jungs. Morgen. Nobben, mein Lieber. Alles klar im Schätzchen Graben, oder? Bist du da? So. Also hier. Was ganz einfaches. Okay. Ihr ballt jetzt eure rechte Hand zu einer Faust. Okay. Ich kann die Maus nicht kaputt machen. Die war teuer. Nein. Alles gut. Ja. Die Faust. Ja. Die Faust. Steckt ihr euch ins Maul. Entweder schafft ihr es, die Faust ins Maul rein zu bekommen, oder? Wenn es so doll weh tut, dass ihr es nicht mehr rein bekommt, dann macht ihr mit dem Ellenbogen der Hand die Kiste auf. Dafür muss ich aufstehen. Moment. Das geht. Ich krieg's ihn gar nicht ab. Ich krieg's gar nicht ab. Ich krieg's gar nicht ab. Ich kann nichts aussehen. Bleib doch stehen! Ich hab's schon gemacht. Oh, Geburtstagskind! Da hast du Geburtstag? Hast du Geburtstag, mein Lieber? Ja? Nein! Das war awake to fag it! Achso, awake! Hau rein, mein Lieber! Ich hab's jetzt geschafft zu öffnen. Ich dachte schon, ne. Und das ist die AWP-Focus. Hallo! Genetics von meiner Lieber! Ich wünsch euch was, Jungs. Ihr schaut rein. Aber meine Faust schmeckt auch gerade nicht. Aber ich merk gerade, mein Schnupf ist weniger. Hallo? Seba. Seba. Hallo, hallo. Seba, du bist es jetzt. Believe in yourself. Rede aus der Toilette wie ein junger Gott. Spass! Ist ihr ready? Ja, wir sind mehr als ready, mein Lieber. Eins, zwei, drei, go! Ich dachte, wir sind schon runter. Der ist es, ich spür das. Warte. Der ist es einfach. Ach, Mann, ich habe drei, zwei, eins, go! Es ist ja, das ist ja der 90-Kopper. Move ihn mal, ich mach nen spanischen Gollum. Den Schützen bitte einmal hochmoven! Ja, geht gleich los. Ein spanischen Gollum? Sehr vielen Dank, mein Lieber. Danke, Seba. Danke, Seba. Du warst es aber nicht. Du warst es echt nicht. Dann den nächsten. Genau der Schütze danach, der Bergis. Sekunde. Hallo. Ich mach den spanischen Gollum. Dres. 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 So, was hab ich verpasst? Alter! Die Mag7 Kobold-Core, die passt sogar richtig zu den Gollum. Mach einer bitte nen Offshot! Dann muss jemand einen Offshot machen. Was ist denn passiert, Junge? Alles gut. Du wirst es nicht. Nicht weiter. Schade. Ich, ich, ich muss den Shot machen. Der nächste ist der Bergy und danach der Markenaffe. Warte kurz, warte, ich bin nicht im Game. Warte. Jungs, was ist passiert? Bergy. Hast du nichts? Der sagt einfach nichts. Warte, erstmal kommt der noch, der ist auch noch lange drin hier schon. Hallo. Hallo. Ich bin ready. Okay, es geht nicht los bei Go, sondern bei Affe, okay? Bei Affe, okay. Alles gut. Drei. Drei. Eins. Ich hab jetzt gedrückt, weil ich denke, dass das der Affe war. Ja. Er hat nicht Affe gesagt. Ja, ist egal. Es muss... Was? No, ist es einfach nicht. Nee, Don. Moin, Moin. Doch, aber Poison Dart. Ist es. Poison? Wieso? Was hast du gezogen? Ist okay. Interessiert mich gerade gar nicht, was ich ziehe. Guten Tag, Cynix Energy. Moin, Moin, mein Lieber. Bergy. Du bist es jetzt. Okay, warte mal. Ich muss mich vorbereiten. Mi, 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 mi. Hi. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, die desolent Space einfällt daneben. Du bist es gar nicht, Alter. Hau den raus. Klick den vom Channel. Von mir. Was weiß ich. Das klaut so böse doch nicht. Oh, Alter. Der war es einfach nicht, Alter. Ich stell mir gerade vor, was passiert, wenn mir seine Mutter reingekommen wäre. Ich bin es, wenn du jetzt nicht bist, Alter. Oh, das, jetzt hör mal raus. Hallo? Wer heißt du, weil ich bin? Er hat seine scheiß Lautsprecher gemutet, Mann. Ey, meeeeh. Egal, du musst es sein. Jetzt moin ich das. Oh, ist das heiß. Sebas wieses, witz mal. Macken, Affe. Hör ihn über Macken. Bauer Fritz will wieder. Bauer Fritz will wieder. Nee, nee. Wer ist er? Hallo? Wer schreibt da? Auf zu tippen. Auf seine Tastatur war der kaputt. V3, moin moin, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Macken, Affe. Macken, Affe, hatten wir dich? Nicht schon? Macken, Affe kommt auch gleich noch, bitte. Junge, ich weiß nicht, wer da ist, aber der ist auf jeden Fall auf dem Flugzeugflügel. Der ist auf dem Flugzeugflügel. Okay, Macken, Affe bitte einmal hoch. Wer will dich? Warte mal, ich will ganz kurz gucken. Oh, Alter, was ist denn im TS los? Leute, alle in Klammern Ausrufezeigen hinten, der nochmal mit uns Go machen will, sozusagen. Äh, das war zu viel für mein Herz, Alter. Ich glaube, ich eskaliert. Äh, Seba streamen, äh, das können wir so nicht machen, um Gottes Willen. Das wäre jetzt was. Vor allem kannst du die Skins ja jetzt gar nicht raushauen. Das ist ja das Problem. Ne, 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 das ist ja noch dazu. Oh. Äh, ist... Was ist denn jetzt? Aarox, äh, Dragros, sehr vielen Dank für dein Follower, ich freue mich wohl wieder zu Hause. Chris, Chris? Hier ist ja ein Sailor. Feed me more. Hallo? Oh, ich habe einfach Go gedrückt. Oh, warte, das muss ich ausdrücken. Ihr sollt im TS, wenn ihr im TS seid, sollt ihr das ausdrücken, zeig mal. Ja. Okay, warte, sorry, da ist auch noch Scheiße. Ja, Striker, du bist es. Ne, das ist Tech-9-Ice-Crap, aber du bist es einfach nicht. Der Striker ist es nicht genug. Ist zwar auch FN, aber du bist es halt trotzdem nicht. Striker is rigged. Ich bin safe rigged. So, jetzt zählt ab hier. Zählt ab. Okay. Go. Wow. Warum warte ich so lange? Du musst mich auf mein Name nehmen und zack, go. Okay, go. Okay, go. Okay, ich bin, ich bin fertig. Ich bin der Nächsten wohl. Mich der Galle, ihr sollt ins TS, Ausrufezeichen TS. Weißt du das? Nee, scheiße. Ihr sollt Ausrufezeichen TS, dann kommt ihr ins TS und hinter euer Name einmal in Klammern und Ausrufezeichen. Gibt's heute noch Video-Game mit Sicherheit, ja. Das ist fast wie mein Supertalent. Ja, ja. Die Leute kommen hoch und gehen dann wieder. Ach, und. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Also. Soll ich nur abzählen jetzt gleich? Du mach's so wie du meinst. Also das mit der Murmel anfassen hat's fast am meisten gebracht. Du ziehst jetzt so, Alter. Erstmal Trommelwirbel, ja. Es geht auf Go los, ja. Trommelwirbel von allen. Ja. Okay. Geht los, ja. Arriba! Nie. Nie zieht. Go! War das von Mortal Kombat? Eingreppe! Nee, ehh... Eingreppe. Hier labert nur Scheiße! Guck dir das an, was da die ganze Zeit kommt. Geiii! So ne Scheiß-Kingsi-Waffe. Das ist... Das ist echt nicht. Raus! 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 Guck, das ist einfach echt nicht. Die Trommelwirbel war auch cool. U-User was moved to your channel. Mach, mach mir ja fürs gleich ready. Moin! Hallo, guten Tag! So! 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 Hallo! Erhobene Stimme! Yo, yo, mate! Eiche, moin, moin! Drei! Zwei! Eins! Ihr müsst den Moment auskosten. Go! Ich freu dich und freu! Die Mecker ist vorbei! Warum? Oh nein! Oh, die Platzwort vorbei! Du bist es absolut nicht. Du baitest ja nur rein. Wie bei dem Go! So! Hol nochmal den Mackenaffen hoch! Okay, dankeschön! Danke! Mein lieber Macken will je sein. Jetzt bin ich gespannt. Bist du jetzt endlich fertig, Alter? Ich glaube, er hat Shango gesagt. Ich glaube, er trollt uns. Ja, okay, okay. Ah, jetzt! Ah, da ist er! Mach'n Schwein! Was?! Was?! Er macht'n Schwein! Wo war das Go jetzt? Ja, Go! Alter! Oh, ich kann's früher noch viel besser machen! Boah, er ist es! Er ist es! Die Desolate Space! Ey, du bleibst hier. Du machst ihn rechts auch auf. Ey, Scrault, die krieg' ich dann, ne? Wenn die... Oh, die ist abgenutzt, ey. Egal, ich krieg' Traitling. Nein, du wüsst es nicht. Du wüsst es nicht. Du kannst rausgehen. Du kannst rausgehen. Du kannst rausgehen. Alter, was... Was war das für'n geiler Sound, Alter? Er war übelstes Pick. Er macht einfach das Schwein. So, komm. Oh ja, da bin ich sogar dabei! Ne, Genova, er... Mach die scheiß Mucke aus! Da kommt nix raus! 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 Der kommt nix raus! Der Nächste, bitte! Leute, ich hab's... Ich hab's... Warte, ich hab's... Warte, ich hab erstmal keine... Mein Lied im Hintergrund ist aber auch gut. Das muss ich... Ich hab nur noch ein Key. Ja, warte mal. Ich... Ich muss noch mal aufladen. Du musst noch ein Key? Ich hab... Aber ich kann noch zwei kaufen. Ich kann noch zwei kaufen. Ne, ich lad noch einmal in meinem Leben auf und danach für den ganzen Monat nicht mehr. Dafür... Warte, warte! Der Monat ist schon fast zu Ende. Ja, warte, warte. Du kannst noch nicht zählen. Wir sind noch nicht ready. Wir sind unprofessionelle Plastik. Ich will... Nee, 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 nee. Du musst erst Pisten kaufen. Nee, warte, warte. Stell dich erstmal vor. Wie heißt du? Was machst du? Wie geht's dir? Ich brauch was zu beruflich. Was ist deine Qualifikation? Ich werde jetzt ja anziehen. Anziehen. Drei, zwei, drei... Nein, 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 stopp! Nein, nein, nein! Du hast uns nicht ganz verstanden, mein Lieber. Ich... Ich will die... Du musst warten. Aquamarine Revenge will ich haben. Kriegst du das irgendwie rein? Kriegst du das hin? Kriegst du einfach die Aquamarine? Warte, ich muss noch... Warte, ich muss noch... Ja, er macht kurz an und dann ziehst du alles. Warte, chill doch mal! Nicht... Sch... 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 Nicht anschreien! Haha. Okay, also ich wäre ready. Ich schreit auf keiner. Oh, warte, ich kann nicht so viel. Ich bin pleite. Sag mal noch ne Zahl zwischen... Hier und... Oh, gleich kommt jeder Magenschreier. Michael, ey. So. So, jetzt geht's los. Heißt der so? Ja. Okay, also auf go. Drei, go. Drei. Drei. Der bayt schon wieder, ey. Oh, Mann, ey. Was sind das für Leute? Ja, du wüsstest aber auch nicht, ey. Schon wieder so ne Schwule bei 7. Ach so, warte, ich nutze Musik auf. Ah, schade, Michi. Hier kommt. Magenschreier, Michi. Da muss ich sein, Alter. Sonny, moin moin! Wie alt? Jo, moin. Oha. Sehr schön. Moin. Moin, Minion. Moin, mein Kleiner, wie geht's dir? Okay. Erzähl! Ja. Erzähl! Erzähl! Sehn! Neun! Der zählt von zehn! Ja, ist okay, ist okay! Ich mach mir eine... Ausrufezeichen klärst, mein Lieber! Acht! Ich geh mal kurz kacken! Jetzt kurz überlegen, welche Zahl er hat. Sechs oder acht! Mach weiter, mach weiter! Lass dich nicht stören! Ich muss... Ich muss mich zusammenteißen! Lass dich nicht stören, mein Lieber! Mach mal nochmal! Du machst bei sechs! Sieben! Sieben ist die nächste! Ich muss mich ja nicht pass! Sieben! Erzähl weiter! Ich sechste! Okay! Ja, drei, zwei! ARRRRRRRRRRRRRR! AHHHHHHHHHHHHH! ICH GLEAUB' DER GET UNS BED JETZ! Oh Gott Mein Headset ist kaputt Da kommt nur Scheiße Das wäre gewünscht Die 1 Cap Extra für euch Ich hab nur Scheiße, glaube ich, jetzt gezogen Der einzige gute Skin, der gezogen wurde Ist die Kill Confirmed Wirklich Habt ihr noch mehr, oder? Ich hab noch ein Key Einmal aufladen geht noch Ich hab jetzt genug Ich hab insgesamt 150 Euro aufgeladen Aber hast du noch welche? Ja, ich hab genug Achso, jetzt kommt nämlich der Weihnachtsmann Ja, wenn der mir jetzt kein Leif Der Weihnachtsmann kommt Ho, ho, ho Weihnachtsmann Weil alle Kinder lieben Und du weißt, du liebst auf mich Und ich hoffe, du liebst auf mich Oh, der Weihnachtsmann ist, glaube ich, noch beschäftigt Ne, der Weihnachtsmann ist nicht beschäftigt So, soo Oh, ho, ho, ho Ho, ho, ho Was wollt ihr? Ich hätte gerne die Aquamarine Revenge Bitte, lieber Weihnachtsmann Ich war auch das ganze Jahr überartig Ein Gammadoppler Sehr interessant, also ich würde sagen Ich zähle bei Weihnachtsmann Müsst ihr ja auch Schlüssel benutzen drücken Okay? Okay Drei, zwei, eins Weihnachtsmann Oh, da waren voll rote Skins Der war so motiviert Und das ist ne Bison Deswegen wusste ich, dass ich diesen scheiß Weihnachtsmann hasse Ja Okay, für die Bonzen-Börner, lieber Weihnachtsmann Du kannst gar nicht lesen Ich bin echt geärrt Ich bin echt geärrt Guck dir die RIP-Scheiße an, die ich dir gezogen habe, Alter Fast, fast Ja, auf jeden Fall RIP-Scheiße Sei wenigstens froh, dass du wenigstens was kriegst Ich hasse dich Weihnachtsmann Ich hasse dich Weihnachtsmann Danke Weihnachtsmann Weihnachtsmann, am 24. wird's besser Ja, ja, eben Da habt ihr was verdient, glaub ich mal Du müsst wenig auf Global diese Woche werden Alles klar, oh mein Gott Reinhauen Es ist scheiße für mich deswegen Los, gut, jetzt reinhauen Ja, hau ab jetzt Ja Dieser scheiß Weihnachtsmann immer So Wir haben keinen mehr Gib Bauer Fritz nochmal Bauer Fritz hat noch ne ultimative Idee, sagt er Der hat so ne niedliche Stimme So, hau rein jetzt Bauer Fritz Oh Gott Hallo Warte mal, ich hab mal ganz kurze Fragen Wie alt bist du? Ja, ich hab grad Stimmverzerrer drin Achso, ja und dann bist du Danach bist du wahrscheinlich 10 Ja, also darf ich jetzt 10 Ja, du darfst gerne zählen Okay Drei Drei Stryker bekommt eine Aquarium Revenge Zwei Scouts bekommt Gamma Doppler Uhhh Nein, bekommt er nicht Eins, der andere Typ Bekommt Negalin Rocketbox Und Build Deaths In der schlechten Condition Und gooo Oh Oh Ich hab zumindest Syrax bekommen Alter Bauer Fritz, du bist es Oh, der ist es Ey, er ist es wirklich Ich mach nen Dreadup Und ich krieg die Die Desolate Space Er ist es einfach Kennst du das Gefühl, wenn du ein Teil Und weiter ein Dampf Bin ich jetzt toll? Du bist wunderbar auf jeden Fall Der ist der Beste Ja, ja Uhhh Oh my god Und raus Raus mit ihm schnell Super Seba will streamen, sie ihn auch nochmal hoch Raus mit ihm schnell Ja So, hau rein Ja, zweite Chance Ah, da bin ich wieder Zweite Chance, man Zweite Chance, man Habt ihr alle im Stil Oh, sorry, sorry, stopp Ich hab aus Versehen wieder rauf gedrückt Ich war aufgeregt Ich musste den Stream also machen Er war aufgeregt Er ist so low, weißt du Es ist einfach nicht Traders kommen gleich Das ist gar nicht Alter Wir müssen eigentlich zwischen Warte Warte Ja 3 2 1 Go Das ist es Das ist es ja Da mach ich noch ein Herz hin Nee, du bist es nicht Auch Aristokrat Du bist es nicht Aristokrat Chip Chipflip ist es nochmal Nee, Chipflip ist es Schade, Seba Naja, fast Schade, Seba Ja, passt Gaut, ich dachte du hast keine Keys mehr Ja, ich mach die ganze Zeit Trade-Up-Contract Wer sollte kommen? Der ist mir für ein Scheißig gezogen Die Matrix, welcome back Wer hattest du gesagt? Soll kommen hier? Ihr müsst einfach nur ins TS Also ihr müsst Follower sein Ins TS kommen Ausrufezeichen TS könnt ihr das sehen Und dann hinter euren Namen Ausrufezeigen Hallo, hallo Und Florenz Floriano, mein Mann Hey, hallo Guten Tag Hey Hey Bist du's? Bist du's? Der ist es Der ist es Warti, ich muss erstmal Ich muss erstmal einen Motivationssong anmachen Warte Ich merke das Ich mal schonmal Ich schreibe hin Ich male gleich auch Ich muss keinen Er ist es Er ist es Das wird nix 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 Wer kennt das bitte nicht, Alter? Was seid ihr für Kinder? Was seid ihr für Kinder? Ich bin zu alt dafür Ja, okay Seid ihr bereit? So was dann Kommt heute noch Shiggy 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 Kommst du heute auch noch aufs Bett? Oder was meinst du? Go hat er gesagt Hat er Go gesagt? Hast du Go gesagt? Ich hab Ho gesagt Ho oder Go? Ho Ist das das neue Go? Wie hast du gerade Ho genannt? Ist das das neue Go? Alter, wir nennenst du hier Ho weiter Ja, ich hab das Go gehört Der wollte uns flaxen Da war ein Roter Der ist vorbei gebackt Nee, du bist es da nicht Nee, schade Schade eigentlich Oh, Alter, doch Du bist es auf jeden Fall safe Die Ghost Crusader instead Ich mach so krassen Trade-Up-Contract gleich Ey, ich hab jetzt den Dritten gemacht So, einmal bitte noch Da sind vielleicht neue Leute gekommen Ich kann kein Trade mehr machen, glaube ich Ja, Ziratek Ich kann kein Trade mehr machen, glaube ich Ziratek hat auch Bock Ziratek hat richtig Bock Ich hoffe, du bist es jetzt Okay, du bist es Oder? Du bist es doch, oder? Ja, ich bin's Ja, ich bin echt Du bist es Drei Zwei Eins Fick dich gefasst, Alter Was war drin? End noch nix! Wir haben noch kein Go gehört Das ist jetzt mies, warte Das ist jetzt mies, warte Ähm Okay, okay Ja, und du? Jetzt sind wir in der Part-Situation Was? Warte Hätte ich jetzt drücken sollen? Was kommt? Dani, mein Mann Ähm Okay, ich seh nochmal runter, okay? Ja, du Bei Go machen wir Kannst auch, Jack Go, kannst du auch Vögel zwitschern im Walde ganz still und stumm Dann kommt von hinten der Weihnachtsmann und knallt sie um Kannst du auch sagen, ist mir egal Alles klar Okay Wiederhol das jetzt bitte Drei Das war Freestyle Drei Eins Go Ah Oh, schon wieder die SSG Ihr Ficker Ihr Scheiße, da kommt nur ein Wichse raus Ihr seid's wirklich nicht Zeratex, ich muss jetzt Siri nach oben holen, ich glaub Siri ist es Siri ist es Ah, okay Zeratex, trotzdem Danke, mein Lieber Ey, kann Siri runterzählen? Von 3 nach 0? Keine Ahnung Hallo Siri, was ist da los? Hallo Oh, Siri hat auch die Leute schon hier aus Nein, Siri ist da 3, 2, 1, go Oh, Siri ist das echt? Siri ist das? Und? Einfach nur im TS ein Ausrufezeichen hinter deinem Namen Ja Siri ist es nicht Aus Siri ist es nicht Schade eigentlich Warte, ich frag mal Siri, ob sie es ist Siri, bist du es? Ah Ja Kein Kommentar, was für eine Hure Sie ist es nicht Warte, warte, ich hab auch noch einen Warte, warte Okay, Google Okay, meiner ist es nicht Okay, Google Okay, Google Gibt es jetzt Cases? Da drückt er mich ja nur hier rein, ey Okay, meiner redet nicht Ist okay Ego, Märzchen Guten Abend Guten Abend, mein Lieber Guten Abend, Herr Gude Herr Du bist ja jetzt so ein Rotskin bekommen, ne? Ja, wäre schön Golden Coin steht gerade zur Aufwand Du nimmst jetzt erstmal so eine Felkenkiste? Felkenkiste? Entschuldige bitte Ja, dann öffnest du die einfach Einfach du, einfach Da ist aber die Golden Coin nicht drinne Okay Du öffnest die jetzt Ohne Go? Soll ich jetzt einfach öffnen? Hier öffnest du die einfach Okay, ich öffne sie Okay, ich hab's gerade gemacht und wieder Ja, da sind viele vorbei geswappt, auf jeden Fall hast du recht Aber ich bin bei Blau gelandet Schade Er ist natürlich belastend Er ist sehr belastend Er ist sehr belastend, mein Lieber Das ist nicht belastend, Alter Alter Trotzdem danke, mein Lieber Wo ist... Ja, ja, ja Nächstes Mal er klappt dich schon Ja, auf jeden Fall Believe in yourself, mein Lieber Wo ist der Typ mit der Eichel? Wo ist der Typ mit der Eichel? Wo ist der Typ mit der Eichel? Blubli Wer? Blubli, du bist es Hallo Hallo, mein Lieber Hi Warte, ich muss kurz schnauben Kennst du nen kleinen Elefanten? Ja Stryker hat nen ganz kleinen Elefanten Ja Aber echt? Warte, echt? Warte, echt? Warte, ich muss nochmal, da ist glaub ich was daneben gegangen Boah Okay, ein Trade-Up geht noch, ey Ich glaub jetzt, er ist... Er... Ist... Es... Okay, hau raus Mein Lieber, ich bin ready Hau raus, du bist es Ich merk das Warte, wie heißt du? Ich muss für dich unterschreiben Blubli Ey Domek Wie heißt der? Blubli Blubli, okay Ich hoffe ihr seid alle Follower Mit Doppel-I Mit Doppel-I Mit Doppel-I Alles klar, du bist es Danke Platoon und Moin Moin Gesundheit, Schönheit Zunke ist von alleine Pua Jetzt reicht es Mein Gott, er will doch zählen, Mann Entschuldige bitte Schiebung Okay Bist du ready? Auch rein jetzt Es ist 7 auf 7 Entschuldige bitte Blubli, bist du eingeschlafen? Ja toll Stryker, er ist eingeschlafen Hey, darfst du loslegen Ja Tipp ist es Wisst ihr was wir lange nicht mehr hatten? Zack Oh mein Gott Okay, stimmt Oh mein Gott Hey, ich hoffe deine Mutti ist nicht zu Hause Läuft bei dir Blubli oder läuft bei dir nicht? Ich glaub bei Blubli läuft das Ja, sagt irgendwie gar nichts mehr Hat er schon Go gesagt? Hat er schon Go gesagt? Hat er den Mexikanischen Gollop gemacht? Er sagt nichts mehr Ich versuch's später nochmal mit ihm Blubli ist es nicht Instragro, bitte einfach Ey, jetzt hab ich aber schon zu ihm unterschrieben Jetzt muss ich das durchtreiben Du, Instragro Instragro Ja, der Nächste muss aber schreien jetzt It Happens Muss er jetzt rüberhören Warte Ich frag jetzt magische Milchmüffel Will Striker jetzt ein Knife ziehen? Ja, aber nein 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 Gut Ja, und No Go Ja, aber nein Ja, aber nein Ja, aber nein Finde ich okay Ja, gut Ist zumindest ne Du schaffst es sogar bei einem Trade-Up-Rotze zu kriegen, Alter Er läuft Er kriegt einen R8 Revolver Reboot beim Trade Du bist es Danke, danke mein Lieber Der Liebe läuft bei dir auch hoch Das ist einfach wegen Blubli Der kommt hier nicht mehr rein Der Liebe läuft bei dir, wenn du den findest Komm, wir brauchen wieder einen, der schreit Läuft bei dir Läuft bei dir Läuft bei dir So, jetzt kann ich wirklich nicht mehr mitmachen So, hallo Moin Wir sind ready, Alter So was von Drei Drei Eins Oh, ne, 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 warte Oh, ey, ich hab echt gedrückt Ich hab echt gedrückt Ich hab echt gedrückt Ja, ich hab echt Er muss nochmal Er muss nochmal Er muss nochmal Du bist so ein Noob, Alter Er drückt halt einfach Ich muss nochmal Tschuldige bitte So, okay, sag an Okay Drei Drei Eins Go Oh, da war die Hype, Babies Wieso rutscht das immer alles vorbei Wieso rutscht das immer alles vorbei Wieso rutscht das alles immer vorbei Du bist es auch nicht Es läuft bei dir überhaupt nicht Schade, mein Lieber, danke Danke trotzdem Der liebe Voll-GD Der liebe Voll-GD als nächstes Die Batrix war dann schon ein bisschen Oh, okay Also, ich hab jetzt mal so ne Frage an euch Wollt ihr eher so den absoluten Hype oder so random mäßig? Nee, mach mal Hype Hype wär schon in Ordnung Obwohl, warte mal, das ist ne Fun-Frage Ich hätt gern den random-Move Ja, aber wenn ihr den random gobt Wow, das war dann schon Ah, ne? Okay Ich komm nochmal mit dem Hype zurück Ey, ich will den Hype noch mal War für'n Arsch Okay, du kommst Ich will den Hype hören Ja, okay, komm, er macht nochmal den Hype Geist dir, wie guckt ihr den an hier? Guckt ihr die scheiß Waffe an? Ich hätt gern den Hype nochmal Also, aber Tut euch mit euren Ohren nicht so zu sehr Ich hab ein gutes Headset Okay, Leute, Lautsprecher Drei Zwei Eins Gooo Ohohoho Ey, geht ja auf den Schnitzel, Alter Sehr gut Nee, ist es auch nicht Ach, warte mal, du bist es nicht, Mann Der liebe Patte-Crew will auch gleich nochmal hoch Patte-Crew erstmal Ihr seid's alle einfach nicht Merkt ihr's Fitt ich nicht Ich war's Was ist eigentlich im TS los, Alter? Was ist eigentlich im TS los, Alter? Was ist eigentlich im TS los, Alter? Jetzt ziehen wir irgendeinen Patte-Crew, warte mal Jetzt keiner mehr, haben wir schon alle gehabt, jetzt Mit dem Aufrufzeit Wo ist der Typ mit der Eichel? Wo ist der Typ mit der Eichel? Wo ist der Typ mit der Eichel? Hier, Motivation pur! Ach, Mensch, hier, Koran Motivation pur Das klingt toll Am Morgen Morgen Niemals gestalten Ne, um Gottes Willen Mach das lieber nicht Gibt's von dir auch Sprache? Hat doch gut geworden gesagt Ja, ja, ja Ja, das hab ich gehört Aber ich weiß jetzt nicht, was du vorhast Ja, lass ihm doch erstmal eine Gedenkse Ich versuche euch zu motivieren Okay, okay, wie fair? Hahahaha Voll nicht, Alter So, geistig Okay Auch noch nicht Merkst du die Wellen? Hahahaha Und dann zählen wir von drei Gemeinsam Drei 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 Zwei Zwei Eins Eins Oh, ich hab schon wieder ein Go gedrückt im Idiot Oh, Stryker Oh, sorry Er ist so low Stryker, du bist einfach low Stryker, ruf mal Stryker hier raus, ey Es ist rigged Es ist rigged So, warte, Entschuldigung Wir machen natürlich nochmal gerne zusammen hier So, nochmal bitte, Entschuldigung Okay Drei 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 Zwei Zwei Eins Eins Einhalb Einhalb Das wäre aber vor Eins Er hat selbst gedrückt Ich hab nicht gedrückt Nein, ein halbes Stück meint der Null 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 Ich hab schon wieder gedrückt Er ist so low Ich drücke bei Null Hallo, ich drücke bei Null Aber es ist DJ Yellow Jacket Also, was ist los? Ja, die ist los Oh, Stryker ist trotzdem low Okay, einmal darfst du noch Entschuldigung Ich drücke jetzt wirklich bei Go Ich bin jetzt auch echt Ja, alle guten Dinge sind halt doll Okay, okay Jetzt nochmal Erzähl dir Anfänger Ja, Anfänger Was ist trotzdem low Okay Drei Drei Zwei 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 Eins 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 Und jetzt mal nicht lücken Null 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 Und dann geht's aber wieder los Und dann geht's mal wieder los Ich glaube das los war Go Und Drei Und Drei Und Drei Was war das? Und Drei geht's wieder los Achso, okay Und von Drei Zwei 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 Gaben ist ein dummer Hurensohn! Wer ist ein dummer Hurensohn? Ja, Gaben ist ein dummer Hurensohn! Ach, Gaben, ja. Also, und zwar... Einen nehmen wir noch danach, machen wir kurz Pause. Hallo? Eichelkäse. Oh mein Gott, der ist es. Jetzt kommt was wieder mit der Murmel. Achso, bist du das mit der Murmel? Nein. Raus mit dem kleinen Spaß. Anstatt Go Eichelkäse, ne? Eichelkäse? Was? Okay, jetzt ist Ripp, Alter. Jetzt ist Ripp, okay. Pimmel? Pimmel? Müssen wir überhaupt mit sagen? Könnt ihr machen. Okay, okay, dann sag du erstmal, wir müssen nicht mitmachen. Das bringt Unglück. Pimmel? Eichel? Käse? Eichelkäse? Sollten wir nicht bei Pimmelkäse? Ne, Eichelkäse hat er gesagt. Okay, dann drück ich. Oh mein Gott. Ich komm wieder so low unterwegs. Weißt du, deine Viewer sind die Besten, Alter. Die zählen perfekt ab und du verkackst alles. Low, ey. Lass Marie abzählen. Marie, Marie. Ne, aber die müsste den Chat abzählen. Was ist, die kann ich abzählen? Ne, die hat keinen Headchat. Pass auf. Pass auf, aber erstmal drücken wir jetzt eine Kiste. Sie soll anrufen. Sie soll anrufen bei WhatsApp. Pass auf. Erstmal macht jetzt jeder ein Hashtag Hype jetzt in den Chat. Komm, jeder der jetzt da ist, aktiv da ist. Hashtag Hype in den Chat. Und dann, wenn alle Leute, wenn der Chat richtig am ausrasten ist, drücke ich auf Go. Hashtag Hype im Chat. Verpiss dich. Hashtag Hype. 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 Ihr könnts auch rein spammt. Erst wenn ihr richtig... Erstmal, wenn ihr richtig ausrastet, dann geht das los. No Hype kommt da. Nee, 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 nee. Erst wenn der Hype da ist, meine Lieben. Da wird sogar Hype falsch geschrieben. Klasse. Dann ist es doch Hype, Alter. Dann ist es Hype. Leute, jetzt rastet aus. Spammt die Scheiße dazu jetzt. Los gehts. Ja, es geht los. Hype. Hype, stopp. So, okay, es geht los. Und, ist es es? Nee. Wir brauchen was anderes. Nee, wir brauchen was. Jungs, es ist Regen. Wir brauchen was anderes. Jungs, alle Hashtag Awake. Alle Hashtag Awake. Okay, weil Awake heute Geburtstag hat. Warte, 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 warte. Da ist schon einer drin. Okay, erstmal Hoppelhase. Ihr Hoppelhase. Hoppelhase. Hi. 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 Hier muss ich lauter machen. Echt? Musst du das? Nee, Quatsch geht's. Nee, jetzt muss ich wieder rein. Der hat's noch reingeschrubbt. So war das. Der hat's noch reingeschrubbt. Sag lieber Starak. Und? Noch was am Mundwinkel? Ja. Okay, erzähl mal lieber. Sag mir ein Wort. Wir sollen ein Wort sagen? Penispumpe. Ich darf sagen, ein Komponentenpolyromisationskleber. Langsamer. Ehm. 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 Isen to Sambala Maschine. Das ist nach meinem Schocker. Was hast du denn gesagt? Nein, Isen to Sambala Maschine ist, äh, Plattdeutsch nennt sich, äh, Schweißgerät. Plattdeutsch ist doch kein Deutsch, ne? Um. Doch, doch. Ein, ein Hauptschulwort bitte. Ein Hauptschulwort? Nase. 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 Nasenpumpe. Nasenpumpe? Ist mir egal. Ja, go. Go, ja. Was war das denn? Was war das denn? Aber ich hab go gedrückt. Oh, 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 bleib stehen. P2000 StatTrak Handgun. Es ist die Scheiß. Die ist gut, die ist gut, die ist gut. Ja, ich weiß. Kylian, wir brauchen noch Kylian einmal Jürgen. Danke mein Lieber. Danke, danke. Bitteschön, bitteschön. Kylian hatten wir schon? Ja, Kylian war schon. Kylian war schon. Kylian war schon. Kylian war schon. Aber Jürgen K, Jürgen K ist neu. Jürgen K? Jürgen K kann ich noch nicht. Jürgen Klopp? Mein Name ist Jürgen. Jürgen? Jürgen. 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 Ich bin neun Jahre alt. Ne, du lügst. Hört man voll. Neuneinhalb fast, ne? Ja. Danke. Okay. Das war Go, oder? Nein. Okay. Okay, jetzt nehme ich zurück. Kommt da noch was? Ja, 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 ja. Ja. Ich glaub der guckt sich gerade vorhin an. Ja. 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 Wie ist denn da los? Was ist denn da los? Jetzt hält sein Vater ab! Haha. Der hört mich nicht okay. Jetzt kommt. Was passiert hier eigentlich? Ich hab hier gar Zeuge einem, eines nicht gefreut. OOOOOOOOLTER!!! OOOOOOOOLTER!!! U-oOOOLTER!!! IST GILAR!!! Und an dieser Stelle solltet ihr die bitte vorher mal ein ein bisschen runter stellen, danke meine lieben! Das war scheiße, mein Ding hat nicht mal richtig gerollt! O MEIN GO-THS Pass auf, das letzte was wir jetzt machen- Danke mein lieber! Also, ich geh dann von der reine mal raus! Es war gut. Pass auf, ich habe nur noch einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Und ich nehme diese Kiste. Der liebe Schmiddy kommt jetzt hoch. Der zählt ab, aber erst wenn der Chat Hype ist, dann, wenn Schmiddy abgezählt hat, drücke ich raus und gehe auf Klo. Und komme dann wieder. Schmiddy? Schmiddy, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Erstmal, Jynix, sehr vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du dabei bist. Also, Schmiddy, hast du zugehört? Warte, ich brauche das jetzt nochmal. Aber ganz langsam. Also, der Chat der Hype sich jetzt erstmal. Der Chat drückt jetzt richtig den Hype raus. Leute, lasst den Chat mal richtig schön krass eskalieren jetzt. Dann zählst du ab. Ich drücke gleich auf Go, sobald du Go gesagt hast. Dann haue ich ab und dann ist alles mit drin. Wer hat jetzt geschießt? Wer hat jetzt geschießt? Artifact, Steve. Moin, Moin. Okay, voll. Schön, danke für dein Follow. It's a hype. Okay, warte, warte. Erstmal auf dem Hype war. Ist noch ein Schüssel. Moin, ich mag Keks essen. Sag den Jungs gleich hier. Hype, hype, lassen. Wir werden das euch runterzählen, ne? Ja, pass auf. Der Chat hypet sich ganz schön jetzt gerade. Sehr schön, Leute. Alle jetzt. Alle in der Hype raus. Jungs, ihr hypt euch falsch. Egal, was du machst. Da musst du awake stehen. Nein, alles gut. Okay, warte, stopp, stopp, weil awake heute Geburtstag hat. Das muss jetzt Glück bringen. Äh, Hashtag awake. Wir machen alle jetzt Hashtag awake. Weil awake heute Geburtstag hat, machen wir alle Hashtag awake. Wir hypen uns alle auf Awakes Geburtstag und hoffen, dass dafür jetzt was krasses rauskommt, meine Lieben. Alle. Hashtag awake, meine Lieben. Und wenn ihr das alles gerafft habt, zählt der Schmidi runter. Ich hau ab. Nicht, dass du sagst, dass ich dann schuld bin. Du bist sowieso dann schuld. Ich reiß dir den Arsch auf. Wahrscheinlich, wirklich, oder? Okay, jetzt. Okay, ich zähl runter. Ja, du darfst. 5, 4, 3, 17, 1, go. Okay, ich hau ab. Jetzt kommt das. Das kommt das. Jetzt kommt das. Easy. Ich bin jetzt an Knife. Das sind die Schläge, Jungs. Ich sehe halt noch nichts. Ja, jetzt geht er erst. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Boah, der soll mal die Hose hochziehen. Wie sieht das denn aus, Alter? Ja, okay, Pigs. Oh, was war das denn? Du bist gar nicht so schlecht, ne? Ja, ja. Oh, ich kling so was von Schläge, Jungs. Kling richtig schnell. Ich glaube, du kannst schon gehen, eigentlich. Jungs, die Battlegames, ich bin Jungs, ich bin weg. Ich bin raus. Ich bin raus. Du bist auf jeden Fall raus. Du bist auf jeden Fall raus. Hauptsache mal 100 Euro jetzt gewastet. Also, ich hab für nichts gewastet. Doch, du hast 60 Minuten deines Lebens gewastet. Ich hoffe, das ist teurer. 60 schöne Minuten, ich hab nicht so krass gelacht. Oh, ho, ho. Wow. Das ist ja. Nix. Da wäre ich ja lieber nicht wieder gekommen, oder? Jungs, ich bin dann mal weg. Hey, du bist raus. Ich reiß den Arsch auf. Wo wohnst du? Hamburg. Ach, auch das noch. Ja. Sag Bescheid, Bo. Ich fahr schnell hin. Komm, weh vorbei. Ich bin 16. Die machen was. Du brauchst deinen Geburtstag. So, Leute. Nein, alles gut, Digi. Trotzdem, danke dafür. Schmidi, du bist raus. Du hast scheiße gezählt. Der ist schon raus. Ach so. Okay. Ey, jetzt machen wir noch ein paar Trade-Up-Contracts. Warte mal, Stöcher. Also, nur mal eben ganz kurz dafür. Leute, wasted kein Money in CSGO, meine Lieben. Das tut überhaupt nicht Not. Das bringt überhaupt nichts. Ihr seht es selber. 150 Euro. Ein Skinwert von scheiße. Oh, ich hab den Titel falsch gemacht. Egal. Schreibt euch das, Jungs, Chat. Spreiker. Noch einmal. Ich glaub, das war mein Favorit. Äh, Ars, Land, Digga. Äh, nicht mehr rein spammen. Ich hab das gelesen, mein Lieber. Und, äh, pssst. Jetzt. Jetzt kommt der Chat wieder ein bisschen runter. Es ist spät. Was sagst du? Guckt euch den Oddshot an, bitte. Welchen? Wenn ich in den Chat reingeballert hab. Ich hab den Spanischen gehörn. Ich hab den Spanischen gehörn. Dres. Dres. Ola. Dres. Was hab ich verpasst? Das ist Rigged. Das ist Rigged. Also. Leute. Ähm. Wir tauschen jetzt ein bisschen was aus. Tauschen jetzt ein bisschen was aus. Alter, wie viel Scheiße ich hier. Ich glaub, ich hab ein bisschen was für Giveaways jetzt. Ich hab halt. Ich hab vielleicht 20 Euro jetzt gemacht. Ich hab vielleicht 20 Euro gemacht. Ich muss gleich mal gucken, was die Kicker kommt. Nee, nee, mehr, 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 mehr. Ich hab vielleicht 30 Euro gemacht. Ey, und dann guck die Scheiße da wieder. Also hast du, du hast 70 Euro verloren, meinst du? Ja. Genau das wollte ich nicht sagen. Ich wollte das etwas schneller ausprobieren. Das kann man nicht schön ausprobieren. Ich hab halt die Dazzoled Space zweimal. Das klingt halt genau einmal 11 Euro soviel und einmal 10 Euro. Du, verkauf die doch gleich und holst dir noch mehr Kisten. Ja, das klingt dann im super Plan. Das klingt dann im super Plan. Wir gehen jetzt Rico live. Moin moin an die Leute, die neu eingeschaltet haben. Moin moin. Das war gerade ein bisschen, weil der Chat auch mega hyped. Schön, dass ihr alle da seid, meine Lieben. Du musst mich, äh, noch runterzählen lassen beim Trade Up, okay? Bad Moon Live, sehr vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du beides hier gehst. Ich freu mich völlig wie zu Hause. Trade Up Contract, das macht man lieber alleine, mein Lieber. Ich glaube... Guckt euch bitte einfach diesen scheiß spanischen Faktenboller, Mann. Ich werde... Das ist mega nice. Ich werde den Kram übrigens morgen komplett auf YouTube hochladen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Bis zum nächsten Mal.